Hey Leute, ich bin Spani Funk. Philipp Czauner, ihr kennt uns zwei, glaube ich. Ab und zu sind wir hier im Millanthor-Stadion. Wir haben richtig viele Trikots von euch bekommen. Zum Thema Traumtrikot, wo wir nächstes Jahr gegen Hertha BST anziehen wollen. Wir haben wirklich viele Einsendungen bekommen, richtig gute Ideen schon dabei. Ja, wie Czauny gerade schon gesagt hat, er hat ein paar Ideen. Ich habe hier auch schon einen ganzen Beug. Ich habe schon einige geile Trikots gesehen. Kann ich mir gut vorstellen, schon mit dem nächstes Jahr gegen Hertha aufzulaufen. Aber Czauny gesagt, bis zum 30.11. ist noch Zeit. Deswegen gebt Vollgas, seid kreativ und haut noch mal ein paar Ideen raus. Damit es die Jury richtig schwer hat. Und ihr könnt auch im Internet schauen. Unter www.traumtrikot.de Weiterhin fleißig reinhauen und fleißige Designs uns liefern. Und ich habe eine echt große Bitte, denkt ans Torertrikot. Lasst euch was einfallen, irgendwas krasses, was richtig kurios ist, was auffällig ist. www.traumtrikot.de www.traumtrikot.de www.traumtrikot.de